Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Video und schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. In dem heutigen Video geht es um die Duftreihe von Mystery Modern Mark. Und ich möchte euch in diesem heutigen Video verraten, warum diese Marke für alle Fans von Louis Vuitton, von Creed, von Nasomato wirklich relevant ist. Weil sie nämlich Düfte machen, die so in diese Richtung gehen, aber eine eigene Kreation sind. Und vor allen Dingen sind sie deutlich günstiger, sie haben eine absolut brutale Performance. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ihr diese Düfte genauso lieben werdet, wie ich das tue. Und das möchte ich euch in dem heutigen Video gerne mal vorstellen. Es sind insgesamt fünf Düfte an der Zahl. Es kommt dieses Jahr auch noch ein Sechster, wurde mir gesagt. Aber dazu werde ich an anderer Stelle dann auch noch berichten. Und ich möchte gerne anfangen mit dem Duft, den ich jetzt auch schon in dem letzten Video vorgestellt habe, was ihr wahrscheinlich auch schon gesehen habt. Und das ist der Recent Man. Und das ist ein Duft, der für mich persönlich so die Weiterentwicklung ist von Ombre Nomade. Spannenderweise muss ich sagen, ist es ein Duft, der auf der Haut hauptsächlich so drüber kommt, ja. Und wenn man den auf den Teststreifen aufsprüht und das mal blind vergleicht, dann fallen einem die Unterschiede schon so ein bisschen stärker auf, ja. Aber wenn man den auf der Haut trägt und die Projektionswolke und die Siage mitnimmt, dann ist dieser Duft wirklich wie eine Weiterentwicklung von Ombre Nomade. Er hat dieselbe DNA, also diese Weihrauch-Himbeer-Oud-Kombination, die bei Ombre Nomade einfach so viele Leute begeistert. Er ist aber nicht so rauchig, sondern hat noch ein bisschen mehr Tabak mit drin, wie ich finde. Also es ist wirklich quasi so wie Ombre Nomade mit ein bisschen Naxos gemischt. Dadurch wird der Duft sanfter, dadurch hat er eine sanftere Präsenz, ohne dass er so rauchig und extrem scharf wirkt. Aber er hat genauso viel Power, das heißt, der hält auch zwölf Stunden locker durch, projiziert wie ein Bekloppter. Aber es ist angenehmer zu tragen, weil es einfach sanfter ist und runder im Gesamten. Deshalb finde ich diesen Duft sehr, sehr cool. Ich habe es selber gar nicht glauben können, weil Max, mein guter Freund aus dem Podcasting-Bereich, mir den empfohlen hat. Ich habe gesagt, komm, ey, ich habe schon so viele Ombre Nomade-Klone gesehen in meinem Leben. Was will der denn anders machen als die anderen 50 Klone? Es ist aber kein wirklicher Klon, sondern es ist irgendwie so inspiriert an der DNA und ein bisschen eine Weiterentwicklung und bringt das Ganze in eine angenehme und sehr, sehr gute Richtung. Ja, und deshalb hat der Duft mich dann auch wirklich überzeugt. Direkt vom ersten Tragen an habe ich ihn geliebt und das finde ich eben bei Recent Man sehr, sehr gut. Und ja, wie gesagt, ich werde euch auch nochmal das Video dann natürlich gerne hier oben auf dem i verlinken, wenn ich daran denke dieses Mal. Und dann könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Weitermachen möchte ich gerne mit einem Duft, der ein bisschen in Richtung von Nasomato Black Afghano geht. Und das ist tatsächlich der Sentence 360 und das ist ein sehr, sehr dunkler Duft. Ihr könnt das schon sehen, dass die Farbe hier so ein bisschen in Richtung Nasomato Black Afghano auch geht, ja. Und es ist ein Duft, der tatsächlich auch ein bisschen mit Hanf arbeitet, ja. Du hast hier eine etwas kühlere Variante, würde ich sagen, von einem Nasomato Black Afghano. Es ist aber auch wieder nicht wirklich Nasomato Black Afghano, weil diese charakteristische, rauchige, süße Komponente fehlt. Aber ihr könnt euch vorstellen, vielleicht auch so ein bisschen in Richtung von dem Tigger The Dark Side, also mit etwas Oud, mit etwas Leder. Aber auch wieder ohne diese Barbershop Komponente, die der Tigger The Dark Side hat. Also es ist auch wieder sowas für die Leute, die so Nasomato mögen. Aber es ist eine eigenständige Komposition und nichts, was jetzt 100% vergleichbar ist damit. Was ich an diesem Duft so geil finde und weshalb ich auch glaube, dass er im Sommer zum Beispiel sehr gut funktionieren kann, ist die kühlende Komponente, die hier mit reinkommt. Ich finde, der hat auf eine gewisse Art und Weise, obwohl es eigentlich ein grün-krautiger Duft ist, wobei der hat wahrscheinlich sogar eher was von dem Duro von Nasomato, also von diesem Hartholz-Udigen Duft, der aber bei Nasomato sehr animalisch ist und hier irgendwie so gar nicht. Ich kann diesen Duft auf jeden Fall sehr, sehr hart im Sommer fühlen, weil es nämlich durch diese kühlende Komponente einfach für mich persönlich da auch sehr gut aufgehoben ist. Es soll natürlich nicht heißen, dass es jetzt in irgendeiner Art und Weise ein Sommerduft ist. Das kann bei dieser DNA nicht der Fall sein, aber es ist trotzdem, kann ich mir vorstellen, dass es auch da funktioniert. Und das Oud kommt hier, ich glaube nicht, dass es echtes Oud ist, aber dieser Oud-Akkord kommt hier auf jeden Fall sehr, sehr schön durch. Und deshalb, ja, wenn ihr auf diese Düfte steht und ihr wisst, ihr mögt zum Beispiel Duro von Nasomato, könnt ihr hiermit auch 130 Euro, die 100ml, einen sehr, sehr guten Duft bekommen. Dann habe ich hier als nächstes den Absolute. Das ist was komplett anderes und das ist jetzt wirklich mal etwas, was in Richtung Sommerduft geht. Und ich habe ein bisschen auf Parfumo geschaut. Der Duft wird, glaube ich, etwas mit dem Virgin Island Water von Creed verglichen. Und dazu kann ich sagen, dass er für mich neben diesem typischen Kokos-Vibe, den Virgin Island Water hat, übrigens ein Duft, der auf meiner Haut irgendwie gar nicht halten will. Was hier bei diesem Parfum anders ist, denn der hält wirklich sehr, sehr gut, 7, 8, 9 Stunden durchgehend, ja. Zusätzlich zu diesem Kokos-Vibe hat er für mich fast schon so einen Passionsfruchtcharakter, der da mitschwingt. Also du hast diesen Kokos-Vibe, ja, Kokos-Milch und auf der anderen Seite aber tatsächlich so etwas sehr Fruchtiges und Exotisches und Tropisches. Und wenn man so die Parfumo-Bewertungen liest, da habe ich auch wieder so ein bisschen ein Problem mit, ja, weil da stand, dass der Duft sehr, sehr süß ist. Dem widerspreche ich, weil ich finde nicht, dass der Duft sehr süß ist. Ich finde, er hat diesen fruchtigen Vibe, er hat Kokos, aber er ist nicht sehr süß, denn das impliziert irgendwie, dass er schwer ist. Und er ist nicht schwer. Er ist eher ein leichter Duft, eher ein frischer Duft, der auch super in der Luft liegt und den man auch bestimmt sehr, sehr gut bei warmen Temperaturen tragen kann, weil er eben nicht diese schwere Süße hat, aber trotzdem eine ordentliche Performance. Denkt einfach mal zum Beispiel an Orange Flamingo, der ist ja auch nicht super schwer, sondern eher ein leichter Duft, aber hält halt auch ewig. Und das ist bei Absolute definitiv auch genauso. Also es ist ein Kokos-Passionsfrucht-Ding, man sollte definitiv Kokos mögen, wenn man Kokos nicht mag, keine Chance. Es ist auch ein bisschen Moschus und holzige Noten mit drin in der Basis, aber auch ein sehr, sehr schönes Teil für alle Fans von tropischen Düften. Und ich kann euch sagen, ich habe zu Hause einen Duft stehen, der für mich immer so der Pina Colada-Duft war. Der ist von dem Haus Parlement de Parfum, Mile High heißt der. Ich werde euch den Flakon jetzt gerne mal einblenden. Und dieser Duft war für mich aber sehr synthetisch und hat zwar so fruchtig, tropisch, exotisch gerochen, aber hat da einfach eine gewisse Synthetiknote dabei, die ich persönlich nicht so geil finde, auch wenn er für mich einfach gewisse Erinnerungen loslöst, weil er ein Geschenk war, ja. Und bei AppSecure ist das so, der ist halt sanfter und natürlicher riecht der und insgesamt einfach schöner umgesetzt. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr steht auf Kokos, ihr steht auf diesen salzigen Vibe von Kokos plus eine fruchtige Note, dann den auf jeden Fall gerne mal anschauen. Gut, der vierte Duft von fünfen ist der La Carretera und damit kommen wir wieder in Richtung Aventus-Territorium, ja. Es muss ja auch ein Aventus-ähnlicher Duft dabei sein, ja. Das wissen wir, das ist eigentlich immer so, dass die Leute auch irgendwann sich an Aventus inspirieren und das mit reinbringen. Und deshalb ist natürlich ganz spannend. Bevor ihr jetzt aber denkt, dass das hier ein Aventus-Klon ist, lasst euch gesagt sein, das ist es nicht, ja. Sondern er hat eigentlich gar nicht wirklich was von Aventus. Er hat so gewissermaßen die Bauweise und diese Richtung von Aventus, aber es ist kein Aventus-Duft, ja. Also er hat nicht diese starke Ananas mit drin, er hat auch wieder eher so eine exotische, tropische Note mit drin. Er hat aber auf der anderen Seite dieselbe Bauart, sage ich jetzt mal. Genauso wie das bei dem Elysium zum Beispiel von Rotter Parfums der Fall ist, wo ich ja auch persönlich immer gesagt habe, das ist kein Aventus-Klon, sondern der ist von der Machart her ähnlich. Wird den Leuten gefallen, die Aventus mögen, ist aber nicht mit Aventus vergleichbar in dem Sinne, dass es irgendwie eine Kopie oder ein Klon ist. Hier ist das genauso. Ihr könnt euch diesen Duft vorstellen wie eine tropische Variante von Aventus, wie so ein Tropen-Adventus, so ein Exoten-Adventus, ja. Der irgendwie, ja, also auch wieder so ein Passionsfrucht-Mango-Thema hat und ein bisschen Ananas da auch mit drin. Aber dann auch diese holzigen, rauchigen Noten im Hintergrund, wie ihr das eben kennt. Nur ist es eben fast, also wenn man jetzt nicht die Duftnoten lesen würde, würde man nicht darauf kommen, dass es irgendwas mit Aventus zu tun hat, ja. Aber er ist eben von der Machart her ähnlich und finde ich persönlich sehr, sehr schön. Also ist ein absoluter Alltagsheld, ja. Also, ach, das ist ein absoluter Knaller. Auch von der Performance her hält er ewig auf der Haut. Und ja, deshalb der La Carretera. Falls ihr Aventus-Fans seid und ihr möchtet vielleicht mal so einen tropischen, fruchtigen Aventus probieren, dann schaut euch das gerne mal an. Gut, und der letzte Duft ist dann dieser hier, der Seventh Rue, wie auch immer man das aussprechen mag. Und dieser Duft hier ist auch ein sehr, sehr spannender Duft. Und das ist jetzt ein Duft, der geht in Richtung Barbershop, ja. Und das ist wirklich so der Barbershop-Duft für mich. Also ein zitrischer Duft, der geht frisch los, der hat gewisse rosige Momente auch zwischendurch. Und ist aber hauptsächlich dann Moschus-basiert, ja. Er wird auf Parfumo häufig mit Mephisto Gentiluomo verglichen, ein Duft, den ich persönlich jetzt noch nicht gerochen habe, sage ich euch ganz ehrlich. Ich finde ihn aber in diesem Thema sehr, sehr schön. Und wenn ich ihn zum Beispiel vergleiche mit dem Mr. Colonia hier von Giardino Benessa, den ich persönlich ja absolut liebe, weil er für mich die Weiterentwicklung von Tom Ford Bodejour ist, für 12 Euro weniger die 100ml. Das habe ich jetzt schon tausendmal erwähnt in den Videos. Dann ist dieser Duft hier für mich so die oldschoolige Variante, ja. Also es ist wirklich eher so ein oldschool-Barbershop-Duft, wenn man wirklich auf diesen reinen Barbershop-Duft steht. Und das hier wäre die modernisierte Variante. Also für den modernen Gentleman, wenn man jetzt morgens, du kommst aus dem Bad, hast dich frisch rasiert oder frisch den Bad getrimmt, Haare gestylt, whatever. Und dann brauchst du einfach was Frisches für den Alltag. Deinen Büroduft, den du einfach aufträgst und der dann auch wirklich zuverlässig 8, 9 Stunden durchhält. Der aber nicht negativ auffällt, sondern so eine schöne, frische Aura, die er gibt mit ein bisschen Moschus mit drin und einfach super clean und unauffällig gehoben vom Charakter her. Dann ist das hier definitiv eine gute Variante. Und dementsprechend ist er auch anders, weil der hier schon ein bisschen kerniger ist und schon so ein bisschen mehr in dieses Rasierseife-Thema reingeht, ja. Aber trotzdem, sehr, sehr schönes Teil. Der ist super clean, super elegant. Und da ich ja auch weiß, dass viele von euch auf diese Barbershop-Düfte stehen, finde ich das eben auch eine sehr, sehr gute Empfehlung. Okay, Leute, das waren jedenfalls alle fünf Düfte von Mystery Modern Mark. Alle Düfte, wie ich persönlich finde, auf ihre Art und Weise sehr, sehr gut. Was die Düfte allgemein auszeichnet, ist auf der einen Seite natürlich die tolle Verarbeitung. Ganz ehrlich, was den Flakon angeht, kannst du gar nichts sagen. Der Sprüher ist eine absolute Granate, der Duft an sich. Du hast eine schwere Metallkappe mit dabei, aber es ist vor allen Dingen auch die Qualität in dem Flakon, die mich persönlich abgeholt hat. Und die allen Düften gemein ist. Wenn du normalerweise hörst, okay, der Duft geht ein bisschen in die Richtung von dem und dem, dann könnte man glauben, okay, das ist jetzt ein günstig Klon. Du riechst bei diesen Düften einfach die Qualität raus. Die sind alle sehr smooth im Charakter. Du wirst bei diesen Düften die Qualität definitiv rausriechen. Es ist alles sehr smooth. Es ist sehr rund gemacht, sehr schön ausbalanciert und wirklich auch mit viel, viel Hingabe zusammengemischt worden. Und deshalb kann ich die alle insgesamt empfehlen. Ich finde, dass es eine gute Abdeckung auch ist von dem super dunklen und kühlenden bis hin zu dem Ombre Nomade 2.0 und diesen frischen Varianten und dem Barbershop-Duft. Das ist also wirklich ein breites Spektrum. Und ich glaube, dass sehr, sehr viele von euch damit ihren Lieblingsduft finden werden. Das heißt, wenn das jetzt für euch spannend klingt und ihr sagt beim Duft, okay, den möchte ich auf jeden Fall mal probieren, schaut gerne in die Beschreibung rein. Da steht nämlich der erste Link. Und das ist der Link zu meinem Shop, wo ihr die Düfte neuerdings auch kaufen könnt. Und ich kann euch sagen, alleine der Recent Man ist wirklich eingeschlagen wie eine Granate. Also ich hatte noch nie einen Duft, der sich in so kurzer Zeit so schnell verkauft hat. Bis auf meinen eigenen Duft, der aber außerhalb der Konkurrenz läuft, weil es halt von mir gemacht worden ist. Und deshalb, ja, dass das eben so krassen Andrang hat, ist einfach dem geschuldet, dass die Düfte auch sehr, sehr gut sind. Also schaut gerne in die Beschreibung rein. Da steht alles drin. Ansonsten, wenn ihr einen dieser Düfte getestet habt, sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid, was ihr darüber denkt. Lasst dem Video einen Daumen nach oben, damit es euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Euer Kai.